Gut, so langsam hab ich's drauf, wie man dieses Ungetüm steuert. Daruk, Recke der Goronen! Mit so einem Titel hat man einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titanen wie im Schlaf beherrschen. Ach, ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Ich hab keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen, oder? Bruder! Ach ja, du wurdest als Leibwichter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch! Aber diese Prinzessin... Besonders entspannt ist die ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Was ist denn? Das hätte ins Auge gehen können. Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen. Und jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das ist nicht gut.